Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Antwort auf Twitter, so reagiert Greta auf den Spott von Trump. Die Liste der Twitter-Fäden von Donald Trump und dessen Kontrahenten ist lang und sie ist heute um einen Namen reicher. Greta Thunberg, der US-Präsident und die 16-jährige Klimaaktivistin liefern sich einen subtilen, aber sehr giftigen Streit auf Twitter. Nachdem Trump am Montag Gretas Wutrede beim UN-Klimagipfel verpasst hatte, verspottete er sie anschließend auf Twitter. Ihre Mischung aus ohnmächtiger Wut und dramatischer Anklage und Kampf mit Tränen kommentierte er so. Sie scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine glänzende, wundervolle Zukunft freut. Schön, es so zu sehen. Doch so reagierte Greta ebenfalls auf Twitter. Sie schrieb nicht an Trump oder über ihn, aber sie änderte am Dienstag kurzerhand die Beschreibung auf ihrem Twitter-Profil. Sie beschreibt sich als ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. Exakt der Wortlaut des Trump-Tweets. Dabei hatte sie in einem wütenden Auftritt in New York gerade erst klargemacht, dass sie genau das nicht ist. Sie war außer sich, weil sie wegen der Klimathematik ihrer Kindheit beraubt wurde. Wir werden euch niemals verzeihen, rief sie mit dünner Stimme in den Saal, reckte die kleine Faust immer wieder drohend. Trump hatte am Montag spontan bei der UN-Klimakonferenz vorbeigeschaut, jedoch verpasste er Thunbergs Rede. Und er blieb nur wenige Minuten, weil er zu einer Parallelveranstaltung zu religiöser Freiheit musste, zu der er selbst eingeladen hatte. Auf die Frage, warum er als Überraschungsgast erschienen sei, sagte Trump später, Eine Szene, die im Internet die Runde machte. Gretas Blick, als sie Trump sah. Die kurze Videosequenz wurde innerhalb kürzester Zeit 10.000-fach auf Twitter geteilt. Dazu schrieben Nutzer Sätze wie Wenn ein Bild mehr wert ist als 1.000 Worte, dann ist dieses Video 100.000 Worte wert. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfache Wissen. Was sagt ihr zum Streit zwischen Trump und Greta? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, auf wessen Seite ihr steht oder was ihr darüber denkt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.